Jo, wie sind wir da? Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Sonst möchte ich das nochmal. Ich hoffe, dass wir das wiedersehen. Ja. Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. Wo musst du jetzt wieder abfahren, Elixir? Mensch, Maya, besser stehen. Zwölftausend Jahre Ziele. Okay. Okay. Ich würde so machen. 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 Ich würde soarne. Dann COME mir! Dann Vielen Dank. 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 ... 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 Tja, Idiot. Oh, hallo. Ich glaube, Doris hat als Kind so viele Comics gelesen. Es wird gut. Das sollte reichen. Okay, Brecher. Dann legt los. Du lässt den ganz allein? Was soll ich denn machen? Im Attenfeuer? Leute, es gibt schlechte Neuigkeiten. Lass mich raten. Besuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario? Oh, shit. So viele. Okay, da sind sie. Bereit machen. Im Dorfbüro ist entsassen. Ich weiß. Alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Wir werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Wir müssen die Kerle aufhalten. Nick, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. Ich weiß nicht, woher die... Da sind sie. Los, da drüben nachsehe. Da bringt mir mal an. Ich muss... Nein, ich weiß nicht. Wir müssen ausspermen. Ja. Steht euch auf. Ich seh hier rüber. Macht ihn alle. Macht ihn alle. Was los. Ich seh hier drüben nach. Ich seh. Haltet ihn auf. Malang. Macht ihn alle. Ich seh hier drüben. Ah, das wird ja nicht festgelegt. Oh, weiß ich gar nicht. Bitte den. Ich weiß nicht, mal Leben. Oh, ich hab kein Leben. Jetzt ist das auch noch... Wie lange braucht der Brecher noch? Vielleicht piepst er, wenn er fertig ist. Wir haben den Strom abgestellt. Da sind noch welche. Wenn du ein Infrarot-Visier hast, setz es ein. Ach, übrigens, Büro ist ein Waffenschrank. Ich weiß. Wenn du ein Infrarot-Visier hast, gibt's ja gar nicht. Ein Totschläger. Okay, ich gehe da drüben nach. Komm schon, da drüben. Los, da drüben nach. Die war nie da. Die war nie da. Wie lange? Der Spinner. Der Spinner. Tyser! 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 Die war nie! Wenn wir da kommen mussten, dachte ich jetzt nicht, dann lass ich auch keinen Wunnen mehr. Okay, das wird kompliziert. Da! Da unten! Was braucht denn der Ding schon noch? Der Brecher hat's geschafft! Na komm schon! Ich werd verrückt, der Chef ist auf! Wollen wir hier mal aufräumen? Oh, shit! Zurück! Fuck! Tyson, Alter! Umrette! Nicht weg! Tyson! Oh, scheiße! Kai? Er lebt! Die Wester hat ihn gerettet! Hey, bleib bei mir! Ich bin da! Er muss sofort hier raus! Komm, steh auf! Das Geld ist weg! Bring ihn zum Seil! Hier lang! Doris wusste, dass wir kommen! Du hast mich nicht erwischt! Ich schätze nicht! Faszinierend! Wie hart nämlich du bist! Es ist nicht vorbei! Glaub mir das! Weißt du was? Das glaub ich dir! Ehrlich? Ja, dann machen wir's doch ganz einfach! Ich bin doch Santa Rosa, da ist nicht weg! Ich weiß genau wo das ist! Dann komm doch her! Ich warte, Junge! Verdammt! Nick, wir müssen hier raus! Oma fängt dich auf, okay? Oma, Passen kommt runter! Festhalten! Ich bin hinter dir! Wo sind sie? Findet sie! Los jetzt! Wer sind sie? Halt! Wem bleibt! Los, los! Und weg! Das ist ein scheiß Idiot! Wot... Wot de Fавать... ... Was macht, was... Na ja plural! Wie fängt das mal an? Los ich seht... Wtf... Oooh, ... Wie fängt das mal an 이건 diesem 일- Pas. Mal Built-y! Oh shit. Ich bin auf dem Weg. Ja, tut mir leid, ich kann nicht schneller werden, wenn die ja... Beheilung, los, los! Los, los, los! Kai, Kai, komm, lass die Abo... Wird er loskommen? Keine Ahnung, der sieht übel aus. Oh, Scheiße. Ich fahre, du hilfst Kai. Oh, nein. Oh, wo fährst du hin? Wir müssen zu Dross. Woher weißt du, wo der ist? Er hat's mir gesagt. Ja, aber das war die Episode 10. Ich hoffe, dass der Ton gehalten hat. Ich denke schon. Habe ich auch gedacht. Wie gesagt, Shadowplay ist einfach Scheiße. Gar nicht. Also, momentan ist einfach Shadowplay richtig nervig. Aber was wir mal machen. Episode 9 war das jetzt. Kommt Episode 10 für Mächtnis. Und wir sehen uns jetzt hier mal. Zweite weitere Folge von Battlefield Hardline. Oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis dann, ja. Ciao. Ciao.